Turbocola? Boah, was für ein Slalom hier! Turbocola, weg! Oh no! Hey VR Gamer, ich bin DeLoren787 und ich schaue mir heute mit euch Touring Cards an. Ist vor kurzem erschienen, kann mit dem G29 Lenkrad gespielt werden, macht damit auch richtig Spaß. Ich tauche mal ab und bis gleich. So Leute, ja wir haben hier echt einen Haufen Eingabemöglichkeiten. Wir spielen es mit dem Lenkrad, macht so am meisten Spaß. Ich habe es mit den Motion Controllern auch schon probiert. Kam jetzt irgendwo noch nicht so viel Spaß auf. Ja Leute, was haben wir hier alles? Wir haben einen Einzelspielermodus, wir haben einen Multiplayer-Modus, wir haben ein schnelles Rennen und wir haben eine Werkstatt, die schauen wir uns gleich mal an. Hier können wir uns dann verschiedene Fahrzeuge für unser Geld kaufen, das wir dann im Laufe des Spiels verdienen. Ja und wir gucken jetzt einfach mal in den Einzelplayer-Modus rein. Hier habe ich auch schon in Spanien ein wenig gespielt. Die nächste Stufe können wir uns quasi hier erstmal mit 1200 Dollar freischalten. Da brauchen wir noch ein bisschen Geld. Und ich hätte gesagt, ich probiere jetzt hier mal auf hart den Gold-Pokal. Und los geht's. So. Force Feedback ist da. Funktioniert alles sehr cool. Und Gas! Blitzstart! Ja Leute, ich habe mir jetzt das Werfen hier auf die Schaltfrippen gelegt. So funktioniert das wunderbar. Boah, hat der mich einfach abgedrängt hier. Du Geier, geh weg! So. Ich bräuchte auch meinen Power-Up hier. Ey! Drängt der mich einfach ab. Wow, 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 der hat nen Hammer. Gefährlich. Shit. Da kam noch einer. Mit Thor's Hammer. Den kannte ich auch noch nicht bis jetzt. Yes! Yes! Bombe! Nein! Daneben! Ich erwische einfach keinen Power-Up! Oh no! Wow! Scheiße, das war... Irgendwas war da. Ich glaube eine Banane. Ich habe keine Ahnung. Da fliegen die Hühner und was weiß ich nicht was. Ist ja der Wahnsinn. Wow, was macht denn der hier? Macht hier voll die Blockade, der Affe. Ich bin glaube ich nur Zweiter. Den Ersten werde ich wohl nicht mehr einen holen in der... Oh, jetzt bin ich auch noch Dritter. Oh, 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 oh. Oh, Mist. Zurücksetzen. So. Irgendwie hat sie mich jetzt verrutscht. Ich habe keine Ahnung warum. Jetzt bin ich wieder richtig zentriert. Ich bin aus Versehen auf den falschen Knopf gekommen. Ja, voll verkackt. Das probieren wir jetzt halt nochmal. Und damit kann ich nicht leben. Oh no! Ich habe keine Preise, deswegen kann ich auch nichts abholen. Dann gehen wir da nochmal rein. Ich will Gold. So. Let's go. Schön zurücksetzen immer. Und Gas. Yes. Und wieder alles weggesammelt, die Geier. Oh. Mit der Rampe muss man echt aufpassen. Das war tatsächlich ein Eisblock. Oh. Mist. Das war ein Satz mit X. Banane. Banane. Uh, jetzt wäre ich selber rein gefahren. Schön ausweichen. Nein. Was habe ich? Bombe. Nein, voll daneben. Noch eine Bombe. Verkleinerungsbombe ist das. Nein. Man sollte auch irgendwie treffen. Oh nein, das hat mir ja einen Eisblock gegeben. So, Turbo. Ne, groß. Ich bin groß. Yeah, weg mit dir. Und über die Banane gefahren. Super. Klappt ja schon wieder wunderbar hier. Oh no. Sind die fies, hey. Ich glaube, den Goldfokal, den kann ich mir erstmal abschminken. Da muss ich noch ein bisschen üben. Oh. Oh yeah. Macht auf jeden Fall richtig Laune, das Game. Mist, das hat der mich auch noch überholt. Vierter. Und kein Geld verdient. Ja, Leute. Das ist der Singleplayer. Auf hart schon echt knackig. So. Preise abholen. Was habe ich? Oh. Neue Rennstrecke. Das ist sehr geil. Die schauen wir uns natürlich jetzt an, wenn ich sie schon bekomme. In Dubai. Oh yeah. Und auch noch Nacht. Und Vollgas. Weg, 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 weg. Yeah. Teammusik. Chillig. Weg, weg. Unbillible. Turbocola. Boah. Was für ein Slalom hier. Turbocola, weg. Oh no. Hätte ich mich beinah selber abgeschossen hier. Bam. Jawoll, Volltreffer. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Was mache ich? Boah. Jetzt hat mich das komische Fass getroffen. Jawoll. Er ist da. Und noch eine Turbocola. Ist mal ein bisschen vorsichtiger fahren, ne? Geh weg. Was habe ich? Bazooka. Sehr schön. Soll mich ruhig einer überholen. Er kriegt dann gleich die Bazooka ab. Au. Wow. Backstein brauchen wir nicht. Weg damit. Yes. Und nochmal größer werden. Yeah. Das schaut cool aus. Eisblock. Nach hinten werfen. Nein. Nicht nach hinten. Egal. Nein. Kurz vorm Ziel. Du Geier. Okay. Zweiter. Zweiter ist okay. Da kann man mit leben. Da kriegt man wenigstens ein bisschen Geld. So. Dann würde ich sagen, schauen wir uns noch den Multiplayer an. New Silver Cup. Jawoll. Ja Leute. Und ihr seht halt. Es gibt wirklich viel zu tun. Es gibt jede Menge Cups. So. Zurück. Multiplayer. Ja. Da haben wir hier so ein Attack Cup. Ein schnelles Rennen. Oder man kann mit Freunden spielen. Ich hätte es gesagt, wir machen einfach mal ein schnelles Rennen. Dazu solltet ihr dann aber auch euer Auto abgegradet haben. Sonst funktioniert das nicht. So. Da geht es direkt los, wenn man hier reinkommt. Ja. Der Multiplayer-Modus wird auf jeden Fall noch verbessert. Der läuft noch nicht ganz so optimal. Aber die Entwickler sind auf jeden Fall dran. Nein. Jetzt habe ich mich zurückgesetzt. Mensch. Meier. Kommt davon, wenn man wild auf die Knöpfe rumdrückt. Schild. Kann mir keiner was tun. Gleich mal alle eingeholt hier. Yeah. Banane. Ja. So ein bisschen Mario Kart-Feeling hatten wir hier auf jeden Fall. Kommt schon sehr nah ran. Da braucht man nicht unbedingt in die VR-Arcade gehen, wo man Mario Kart spielen kann. Sondern man kann es echt chillig zu Hause spielen. Sprungscheinze. Ja. Irgendwie ist mir hier gerade echt langweilig auf dem ersten Platz. Oh. Da kommt aber keiner annähernd an mich ran hier. ok schießen wir mal die bazooka ab wenn sowieso keiner kommt dann gucken was wir hier kriegen schon wieder bazooka super ich glaube das ist hier irgendwie nur so ein qualifying ich habe keine ahnung mir wird auch nicht angezeigt in welcher runde ich bin oder doch nein folgigen die säule gefahren vor lauter gucken ok das lenkrad ist also die die anzeigetafel ist sehr weit unten wenn man da runter guckt sieht man gar nichts mehr von der strecke warm-up da steht es ja sogar bloß wann endet dieses warm-up in 16 sekunden alles klar wissen wir das auch zwei sekunden noch so warm-up ist zu ende dann geht es jetzt ans rennen und folger aus das peter sind crack kann es sein dass das der einzigste richtige spieler ist und das andere box ja schaut fast so aus noch nicht so viel los hier mal schauen ob ich ihn krieg habe ich ihn jetzt getroffen man sieht das irgendwie nicht wenn die rakete fliegt boah der ist echt schnell und sprung daneben gut dass man der luft lenken kann schild letzte runde der hammer denkt mir nur nix wenn keiner neben mir ist nein tobo cola ich will wenigstens zweiter werden wow fick hier alles ab irgendwie das block nach hinten wow was war das ein durchgeknalltes huhn so zweiter not in time okay war ja katastrophe aber ich stehe trotzdem hier oben ja Leute schaut sehr geil aus ist auf jeden fall eine klare kaufempfehlung der preis ist auch in ordnung das sollte glaube ich so bei 16 euro liegen wenn ich mich jetzt recht erinner ja Leute dann hole ich mir meinen preis ab hier okay irgendwie kann ich den nicht abholen keine ahnung warum okay ja ich hätte gesagt das war's von mir ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja dann lasst bitte einen daumen hoch da und vergesst bitte das abo nicht und wir sehen uns das nächste mal ciao